Okay, only Pistol und Zeichen. Ja, vielleicht. Hä? Wo bist du, du Hund? Rüdiger, nicht so tief! Der kommt zu mir! Wo bist du? Was? Ja, wow, das war's. Ja, dann komm, schieß den doch ab. Okay, aber wie gehen wir in die Zone? Einfach gehen. Was geht, meine Partybibbel? Und herzlich willkommen zum besten Kanal auf ganz, ganz YouTube. Wir machen heute mit der Marlene eine Challenge in Fortnite-only-Pistol-Challenge. Das heißt, wir dürfen keine anderen Waffen verwenden, nur die Pistole und müssen damit einen epischen reißen. Bei 100 Likes gibt's den nächsten Teil mit Marlene und schreibt uns gerne Fortnite-Challenges unten in die Kommentare, die wir machen können. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß und let's go! Okay, only Pistol. Also wir könnten jetzt eigentlich... Ist unten... Ist unten... Ist unten... Sind da unten mehrere? So, nochmal. Ey, schau mal, wie viele Menschen da wieder landen. Ich schwör bei Gott, Alter. Nee, das ist nicht geil. Nö. Aber weißt du was? Wo ich direkt lande? Bei einer Pistol. Schön. Einer blauen Pistol. Ja, schön, das freut mich absolut für dich, wirklich. Wir sind ein Team, du solltest dich für mich freuen. Ich freu mich, hörst du das nicht in meiner Stimme? Gott, im Himmel, ich hab ne Pistol, Alter. Jetzt geht's. Ich trau mich da nicht rein. Time to shine. Wo soll ich kommen? Ich hab Angst. Hallo? Ja, was? Der Hallo ist nicht da. Ich bin doch da. Ich lade gar nicht. Das bin ich. Jetzt kriegt man nicht einen Schreikampf. Da, er kommt. Ich höre nicht steppen. Ich höre auch die ersten Steps, aber ich weiß nicht, wo. Er ist am Steppen. Er hat den Drum and Bass. Er ist am Steppen. Wenn er mit einer Bump kommt, wäre das ein bisschen ungut, würde ich sagen. Ungut wäre das, ja. Oh. Ich hab ihn abgelenkt. Stark. Wee. Wee. Da irgendwo sind... Achso, das ist ein Bot, oder? Mit den Steps. Hello there. Nee, da ist ein Gegner. Das ist kein Bot. Aua, aua. Der tut mir weh. Der ist safe one shot. Der hat 20 HP oder so. Da ist nicht nur einer. Ja, aber der eine ist one shot. Ja, und wo ist der eine jetzt? Äh, weiß ich nicht. Ja, wo ist er denn jetzt? Weiß ich auch nicht. Ja, wo ist er denn? Hä? Wo bist du, du Hund? Der ist sicher unten. Ist er im Loch? Nee. Aber ich finde nicht. Hey, ich hab so viele Pistols. Also, wenn du noch 8 Millionen Pistols mitnehmen wirst, hier liegen wir. Ich hab eine blaue. Die grüne ist dir wieder zu schlecht, gell? Die grüne ist dir wieder zu schlecht. Ist auch. So, wie gehen wir jetzt hin? Weg. Hey, da unten ist die Gegner. Roger, Roger, Fox von 10. Straight ahead. On the deck of the house. I see this. Sie pusht gleich. Weißt du, ein Pistol und sie pusht. Alter, ich hab den Hitz gedrückt. Okay, Taktik, wie machen wir das? Haben wir einen Plan? Ja, ich werd gesniped. Stark, das ist ein guter Plan. Kommst du da irgendwie hoch? Kannst du irgendwie hochkommen? Oder eher nicht? Das ist so eine Frage. Ich frag für einen Freund. Guck mal, Lene. Also wirklich. Ich kann dich nicht mal wiederbeleben. Ich kann ihn nicht mal runter, weil die mich instant killen. Die gehen, Marlene. Komm her. Ich komme. Das wird sich so... Au, er snipet mich schon wieder. Mann, was ist denn mit dem? Der ist richtig aggressiv. Kommst du jetzt mal hoch oder nicht? Ja, warte noch. Oh, ich werd gesniped. Ja, ich sag's doch. Ich seh schon, kriegst du den Headshot so geballert. Das macht denn da jetzt so einen komischen Ton, so als würde ein Ufo landen. Hörst du das? Nee. Ey, die Bots kommen. Das macht so einen komischen Ton, glaub ich. Ich kann nicht, dass die Bots holen. Vielleicht haben die noch eine Pistol für uns. Aber die haben auch Angst. Die kommen nicht hoch. Genau am ersten. Deswegen kann ich mir dann Platz 1 schnappen im Gewinn-Gewinn. Und dann werden wir sehen. Wieder mal nicht. Die größte Schatz der Welt versteckt. Let's go. Oh, nee. Also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir fliegen woanders hin oder fliegen da runter und sterben. Ich würde sagen, woanders. Also ich hätte gesagt, wir gehen jetzt, keine Ahnung, da rüber. Okay, komm. Lass da mal rüber. Warte, ich geb dir einen Kick. Hm, schade. Oh, da ist jemand. Wo denn? Komm doch hier. Ach, komm doch hoch wieder. Ach, Marlene. Das crack, das crack, das crack, das crack, das crack. Wo ist da? Ich hol ihn. Ew. Let's go. Aua. Kennt ihr das, wenn euch auf einmal so ein Blitz durch den Hals schießt? Was? Wer schießt ihr durch den Hals? So ein Blitz. Alles klar. Sie hat einen Blitz im Hals, Chat. Also, ich hätte gesagt, ähm, ja. Keine Ahnung, was ich gesagt habe. Louis? Da ist jemand. Ey, Marlene, wo bist du? Kannst du vielleicht Teamplay? Du bist am anderen Ende der Welt. Der kommt zu mir. Ja, wow. Jetzt kann ich dir auch nicht helfen. Komm mit. Komm her. Da schießt jemand auf mich. Jetzt beruhigst du dich mal. Ja, cool. Bei mir sind Gegner, Marlene. Also, das ist wieder das absolute Teamplay. Ich merke das schon. Ich bin auch da. Ich weiß gar nicht, was du hast. So, da hinter dir sind welche und vor uns sind welche. Das heißt, wir müssen jetzt in die Richtung. Los, wir müssen fliehen. Wo bist du denn? Hier. Stark. Vor mir ist einer. Close, close. Ja, dann komm. Schieß den noch ab. Hab ihn. Oh mein Gott. Vor mir wieder einer. Hab ihn. Er ist crack. Er ist crack. Er ist crack. Stark. Rüdiger, nicht so tief. Wen schießt unser Bot ab? Soll er sich austoben, solange er seinen Spaß hat. Ja, komm. Lass zur. Okay, aber wie gehen wir in die Zone? Einfach gehen. Ja, das ist mir schon bewusst. Danke. Ich weiß jetzt nicht, was du willst. Wollen wir zwei Gegner? Oh mein Gott, ich bin der Busch. Okay. Taktisch, Chat. Wir müssen das jetzt taktisch angehen. Taktisch klug. Da ist einer im Haus. Oh. Der Bot schießt uns ab. Oh, hinter uns. Lass uns ins Wasser springen, komm. Reiß drauf. Das ist schlau, oder was? Ja, haben wir eine andere Wahl? Ne. Aber die sind jetzt alle da drüben, oder? I hope. Ja, die Zone wird auch sein. Oh, die Zonen werden komplett im Wasser sein. Beide. Alter, das ist irgendwo jemand mit allen Medaillons. Auf die Weite ist halt richtig ungott. Nehmen wir uns, nehmen wir uns, nehmen wir uns. Ja, ich seh's, ich seh's, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Einer knock. Hab ich. Einer tot. Ja, aber ich bin... Ich sterbe an der Zone, safe. Ja, wow, das war's. Wir werden gesniped. Ja, wir können nix machen. Das war's. Ja, ich bin da. Tschüss. Unter dir ist direkt einer noch. Hab einen, hab einen. Richtig gut, unter dir, direkt. Seh ich? Der sniped. Er sniped. Jetzt, 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 jetzt. Richtig gut. Und weiter, reinspringen. Rauch, 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 rauch. Haaah, let's gooo. Jawoll. Junge, geil. Ach, Digga. Only Pistol. Wow. Direkt gewonnen. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich find, die Runde war brutal gut. Vor allem mit Pistol. Einen epischen geholt. Geisteskrank. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf mehr Videos mit Marlene, Like-Button smashen. Nettes Kommentar da lassen. Kanal abonnieren. Glocke aktivieren. Und schreibt uns gerne in die Kommentare, was sie veröffentlichen. Bis dahin, checkt Marlene ab. Tschüss, ciao. Und reingehauen.